Ja, hallo ihr Lieben, ich bin schon mal Patrapporte, Beziehungscoach, Hamburg-Linanir von Mono, aber gut, eh egal, ich mache gerade keine Sessions mehr und meine Arbeit findest du, aber die Kurse findest du auf liebeschiff.de. Okay, ja, ich wurde ganz viel gefragt, ob ich mal was machen kann zu Netflix-Serie Love is Blind, also so eine Art Experiment, wo man Menschen, ich glaube, sechs Männer, sechs Frauen zusammengesteckt hat und, ja, durften sich nicht sehen, durften aber den ganzen Tag miteinander reden, also so Rededates machen und, ah, die Kamera ist irgendwie so ein bisschen. Und, naja, durften Rededates machen und, genau, durften ich also nur über dieses Reden kennenlernen, was ich eigentlich immer echt schwierig finde, ich sage ja immer, boah, wenn man jemanden so lange schreibt, dann kommt man in so eine Fantasiewelt rein und malt sich irgendwas aus, was dann gar nicht so ist, wenn man sich dann sieht. Und, das muss ich eigentlich sagen, das ist natürlich jetzt nicht nur schriftlich oder über Tinder oder irgendwie sowas, sondern, ja, die reden wirklich miteinander, die hören sich, sehen sich halt nur nicht. So, und wenn sie dann meinen, sie finden sich total krass, dann dürfen sie sich verloben oder darf einer einen Antrag machen und dann haben sie nochmal irgendwie vier Wochen oder so und dann wird gegebenenfalls geheiratet, nachdem sie sich aber ausführlich kennengelernt haben, die vier Wochen. Also, ist insofern, also die ganze Idee bei dem Experiment ist natürlich, außer jetzt irgendwie Fernsehunterhaltung zu machen, ist natürlich zu gucken, ja, wenn wir sozusagen nicht abgelenkt werden vom Äußeren, gehen wir dann so auf innere Werte gewissermaßen. Ach, die Kamera nervt, warte ich müssen. Ja, gehen wir dann auf innere Werte. Ist insofern anders als zum Beispiel hier in Deutschland, was ich ja ethisch sehr bedenklich finde, Hochzeit auf den ersten Blick, wo Leute ausgewählt werden anhand wissenschaftlicher Kriterien, wo aber nie so richtig gesagt, wie welche das denn sind. Aber gut, wird schon irgendwie geben, ausgesucht werden, heiraten und müssen dann sehen, dass sie klarkommen, weil ich sage immer, wer hat es Dating erfunden? Die Natur, ne? Also, Universum ist der beste Matchmaker und es ist unheimlich schwer, das abzubilden anhand von, also das, was die Natur uns liefert, ist einfach wahnsinnig schwer, das abzubilden anhand von Testverfahren oder Leute irgendwie zuordnen. Man meint, die passen zusammen und dann finden die es aber gar nicht und so weiter. Und eigentlich gehört natürlich zum Abgleich, ob wir mit jemandem passen, auch, ja, natürlich auch, finden wir jemanden attraktiv. Ich meine, Gott, das ist natürlich auch unsere genetische Programmierung irgendwie, die auch irgendwie so seinen Sinn hat und dann gibt es natürlich auch noch Geruch, womit Immunsysteme abgeglichen werden und so weiter und so fort. Und insofern, das jetzt nur auf ein Gespräch zu reduzieren, ist schon mal echt eine Ansage. Jetzt muss man natürlich sagen, kann man, glaube ich, fair to say, dass diese zwölf Leute, ja, eher überdurchschnittliches, ähnliches Attraktivitätslevel hatten, auch, sage ich mal, von der Körperstatur her, ja, ähnlich, sage ich mal, auf einem ähnlichen, ja, was man so gemeint in den Medien als vielleicht attraktiv bezeichnen würde. Und das heißt, die mussten sich da jetzt nicht so Sorgen machen, dass das irgendwie so vielleicht so überhaupt gar nicht, gar nicht, gar nicht passen könnte. Und klar, das waren ganz unterschiedliche Typen und die haben natürlich auch noch so, wie das in den USA immer so ist, häufig Hautfarbe gemixt, was natürlich super spannend ist grundsätzlich. Und ich muss wirklich sagen, ich habe am Anfang gedacht, das wird jetzt hier so ein total ekliger Reality-Kram wieder, wo sich die Leute einen Schädel einschlagen. Und ich muss wirklich sagen, ich habe es mir jetzt noch nicht ganz so zu Ende geguckt, also ich ziehe mich auf die erste Staffel, die zweite muss, glaube ich, nochmal ganz anders. Von diesen sechs Paaren bleiben zwei scheinbar wirklich zusammen und noch ein drittes, trennt sich zwar kurz, ist aber dann nach der Folge wieder zusammen. Und ich habe das nochmal gecheckt, die sind, glaube ich, jetzt auch, also die erste Staffel, die war in den USA irgendwie vor drei Jahren, die sind doch jetzt nach drei Jahren noch zusammen. Aber ich muss wirklich sagen, das hat mich komplett überrascht, hätte ich nicht für möglich gehalten, sage ich ganz ehrlich. Und es ist eine Riesenquote und jetzt muss man natürlich überlegen, woran liegt das? Ist es wirklich, also da fragt man sich natürlich wirklich, ist es vielleicht wirklich so ein bisschen beliebig, wen wir kennenlernen? So Hauptsache, wir öffnen uns dem, das ist ja auch, gibt ja auch diese 36 Fragen zum Verlieben, könnt ihr mal googeln, wo ja auch so andere Experimente schon gemacht worden sind, dass wenn man so wirklich ein tiefes Gespräch führt, das ist dann die Wahrscheinlichkeit, so Gefühle für jemanden zu entwickeln, wenn man sich dem wirklich öffnet und er öffnet sich einem auch, dass die dann viel höher wird. Und wenn man wirklich ein hochqualitatives Date hat, wo man einfach viel redet, also das kann man, glaube ich, schon mal, ist auf jeden Fall der erste Lernpunkt, den wir da rausnehmen können, dass, ja, dass dieses wirklich ein gutes Gespräch zu haben auf dem Date, dass das, glaube ich, viel wichtiger ist, als man so vielleicht gedacht hätte, auch vielleicht als ich gedacht hätte. Obwohl ich immer schon sage, gutes Gespräch ist wichtig, aber ich hätte nicht gedacht, dass es so gut funktioniert. Und ich meine, ich muss mir auch mal die zweite Staffel angucken, ob es auch so gut funktioniert. Das hatte ich jetzt überhaupt noch nicht reingeguckt, aber ich war echt überrascht, weil auch die Männer, finde ich jetzt teilweise auch gar nicht so in der Polarität. Und jetzt weiß man ja auch, wenn Männer zu viel über Gefühle reden, ist auch manchmal ein bisschen abtörend für Frauen. Aber ich muss wirklich sagen, ja, scheint ja zumindest teilweise funktioniert zu haben. Bei den anderen ist es natürlich dann, hat es gar nicht funktioniert, aber trotzdem, ich finde die Quote einfach riesig. Bei den anderen konnte man halt sehen, ja, diese eine, ich weiß gerade die Namen nicht alle, aber da konnte man sehen, wenn man überhaupt nicht auf dem Partner steht, von der Attraktivität her, und da hat insbesondere eine Frau, glaube ich, Megaprobleme mit, dann fängt man an, auf ihm rumzuhacken. Und das ist auch eine Sache, da kannst du noch so viel labern und labern, und die anderen reden so auf sie ein, probierst du auch nochmal. Das sehen wir ja auch bei Hochzeit auf den ersten Blick. Also wenn du auf jemandem einfach nicht stehst, dann wird es auch nichts. Und dann wird es auch nichts nach einer Woche oder nach zwei Wochen oder nach drei Wochen. Und die Person, die sich da so reinzwingt, wird auch dann irgendwann ein bisschen gemein. Also man sieht ja auch, dass insbesondere da die Frauen auch so ein bisschen gemein werden, finde ich. Gut, dieser eine Mann wird auch ein bisschen gemein, aber das hat jetzt auch mit Frauen mal nichts zu tun. Aber jetzt in dem Fall auch echt anfangen, auf ihrem Mann rumzuhacken, einfach, weil sie ihn nicht attraktiv finden. Und sich dann irgendwie immer wieder Gründe suchen, warum nicht diese Mangel, dass sie ihn attraktiv finden, nicht die Schuld dran ist, dass es nicht weitergeht. Sondern dann suchen sie Gründe beim anderen, warum der irgendwas falsch macht. Aber das sage ich ja immer wieder. Wenn du auf jemanden stehst, dann lässt du ihm quasi alles durchgehen. Und wenn du auf jemanden nicht stehst, dann findest du tausend Gründe, warum es nicht weitergeht. Aber ich muss wirklich sagen, abgefahren, was kann man noch rausnehmen? Ja, dass auch im Daddy-Prozess Kommunikation wichtig ist, weil der eine erzählte, er zum recht späten Zeitpunkt, dass er bisexuell ist, womit die Frau dann erstaunlich viele Probleme hat. Das hat mich richtig gewundert. Da habe ich mir auch gedacht, haben Frauen da vielleicht mehr Probleme mit als Männer? Weil ich glaube, ein Mann würde es, glaube ich, nicht so stören, wenn eine Frau bisexuell wäre. Also habe ich echt gefragt, ist das ein Unterschied? Oder ist es einfach nur, was sie da schwierig findet? Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Also ich fand das auf jeden Fall ganz schlimm. Und fand aber auch schlimm, dass er es nicht früher gesagt hat. Das konnte ich auch verstehen. Und die haben sich dann auch völlig zerstritten. Auch auf eine sehr unschöne Art. Also was man auch rausnehmen kann. Man sollte einfach immer nett bleiben. Auch wenn man sich gerade nicht versteht, weil die schmeißen sich dann so schlimme Sachen an den Kopf. Und es ist echt super unangenehm. Also auch wenn man jetzt auseinander geht. Man sollte immer nett bleiben, zuvorkommend, Eigenschlüche sauber halten und so weiter und so weiter. Ja, ansonsten ist es natürlich crazy, nach vier Wochen jemanden zu heiraten. Aber dass es überhaupt zweimal gut geht, das finde ich so krass. Oder dreimal. Also gut, dann reden die ja auch mit den Eltern. Und die sagen dann auch, sie haben sich eigentlich auch nach drei Monaten geheiratet und so. Also da kann man schon überlegen, brauchen wir wirklich diese Riesenauswahl? Ich meine, früher auf dem Dorf hatten wir die ja auch nicht. Wenn du, was weiß ich, in so einem 20-Seelen-Lauf oder was. Brauchen wir wirklich diese Riesenauswahl? Oder reicht es nicht, wenige Menschen, die offen sind, wirklich, die auch eine Beziehung aussehen, auch das Gleiche wollen? Die wollen ja auch alle das Gleiche, das ist ja auf einer Dating-Gap auch nicht unbedingt so. Also brauchen wir nicht vielleicht weniger Menschen, die wirklich das Gleiche wollen, die gleiche Energie reingeben? Und dann geht es einfach nur darum, dass man sich öffnet dem anderen und Kontaktflächen, wie ich das als Bartherapeut immer sage, Kontaktflächen zulässt, an denen dann wirklich ein echter Kontakt entsteht. Ich bin eben nicht so ein oberflächlicher, sondern also nehme ich mich öffnen und mich zeige und meine Mauern runterlasse und der andere auch, entstehen ja Kontaktpunkte und das suchen wir ja eigentlich in der Beziehung. Also das frage ich mich schon und finde ich echt spannend. Also ich werde das mal weiter verfolgen. Schreibt ihr auch mal, wenn ihr da mehr von hören wollt. Ich habe auch noch gesehen, dass es Love is Blind in Japan gibt und in Brasilien. Finde ich auch nochmal super spannend, ob es da kulturelle Unterschiede gibt. Ja, also, die kann man, da muss ich echt mal was dran machen. Aber egal, ich bin eh durch. Ja, schreibt mir mal, wie ihr das so findet und lasst ein Abo da. Jetzt sind noch 100 Abos bis 30.000. Die wollen wir ja jetzt mal voll machen, bevor man ein Buch rauskommt. Die neue Dimension der Liebe ist schon in der Pipeline, kommt am 11. April raus. Ja, könnt ihr jetzt schon vorbestellen und wird aber auch noch Interviews dazugeben. Also jetzt beim RND und SZ Magazin hat sich da mal angefragt und wird es noch ein bisschen was zu geben. Ich will natürlich, wenn es kurz davor ist, auch nochmal mehr zu sagen. Passt gerade gut in die Zeit, geht, ja, neue Dimension der Liebe, geht eben dieses ganze 3D, 4D, 5D Liebe, neue Beziehungsformen. Warum knallt es gerade überall so? Also natürlich in Beziehungen, jetzt in dem Buch, mehr wusste ich auch zu dem Zeitpunkt nicht. Was viele Seitenlinien über Star Wars und Matrix und ist es echt richtig cool geworden. Und ja, findet ihr auf jeden Fall bei Amazon wahrscheinlich. Wenn es was bei Amazon geht, könnt ihr im Buchhandel bestimmt auch schon vorbestellen. In diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder.